Jungs versus Mädchen Thema Magie Was die Mädchen mit Magie machen würden Und? Hat der Liebestrang funktioniert? Hihihi, ja der hat so gut funktioniert, es wird richtig schwer ihn los zu werden Hihihi Was die Jungs mit Magie machen würden Meine Zeit ist gekommen! EXPLOSION! Hahahaha! So, warum, wer hat denn das hier gemacht? Das kann man doch gar nicht sehen! Eh, du da hinten! Eh, du hast noch nicht gefolgt und abonniert? Du folgst und abonnierst und gibst einen auf den Latz Und du lässt auch noch ein Like da! Dir hat das Video gefallen? Dann lass ein Like da, abonnier diesen Kanal Oder folge ihn, je nachdem auf welcher Plattform du bist Für mehr Minecraft Shorts